Hey Leute, eigentlich sollte die Entscheidung der Kwamis Teil 2 erst am 18. Februar auf RTS erscheinen. Aber Monoglop hat sich schnell noch die Premiere gesichert und die Folge bereits in der gestrigen Nacht veröffentlicht. Na, auf jeden Fall haben wir jetzt den zweiten Teil und die Folge kann sich auf jeden Fall sehen lassen, auch wenn ich sagen muss, dass der ein oder andere eher fragwürdige Moment dabei war. Die Episode beginnt mit Gabriel, der in seinem Kopf mehr oder weniger das gleiche Lied singt und auch dazu tanzt wie Felix. Hier und da mit kleinen Änderungen, aber ja, nur leider kommt das bei Gabriel nicht ganz so gut rüber. Zumindest meiner Meinung nach, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich fand das war, ja, Fremdschemen pur. Aber zugegeben, als er dann von Nathalie kurz wieder der Alte war, musste auch ich lachen, aber Nathalie dachte hier vermutlich auch, dass er nicht mehr alle Tassen im Schrank hatte. Er erzählt ihr, wie einfach es doch war, die neuen Träger vom Katzen- und Marienkäfer herauszufinden, nämlich Sui und Alia, die unklugerweise während ihrer ersten Mission die Alliance-Ringe trugen, die munter flockig deren Geschwindigkeit, Strecke und Schritte verfolgt haben. Die moderne Technik lässt grüßen. Er begibt sich selbst aufs Schlachtfeld oder besser gesagt in die Mensa voller Schüler, um an diese auszuspionieren und auf einen Moment zu warten, in dem er zuschlagen kann. Dafür verwendet er das Bienen-, Maus-, Hahn-, Ochse- und das Pferde-Miraculous. Zuvor plant Nino mit den anderen Mitgliedern des Widerstandes allerdings noch auf sehr dramatische Art und Weise, wie man im Falle einer zukünftigen Akumatisierung am besten vorgehen solle. Und versteht mich bitte nicht falsch, ich finde es gut und auch richtig, zu zeigen, dass man auch ohne Superkräfte ein Held sein kann. Ich wünschte nur, man würde diese Szenen weniger überspitzt darstellen. Aber zurück zur Mensa. Marinette hat noch immer leichte Probleme damit, sich Atrior gegenüber zu öffnen und hat selbst damit Schwierigkeiten, ihm die Hand zu reichen. Allerdings zeigt sich Atrior wie ein Gentleman und drängt sie nicht weiter. Ein wirklich netter Moment und als Marinette vom Stuhl fällt, legt sie ihre Hand auch endlich in seine. Wie Zoe sich gegen Chloe wendet, um Marinette in Schutz zu nehmen, die von Chloe beleidigt wurde, finde ich zwar nett, allerdings wirkt auch diese Szene leicht überspitzt. So musste Sabrina zuvor für Chloe zum Beispiel nachlesen, was denn das Wort großzügig bedeutet, weil Chloe dieses Wort scheinbar nicht kennt. Wie gesagt, etwas zu übertrieben dargestellt für meinen Geschmack, als dass es noch wirklich glaubhaft rüberkommen würde. Nach Zoes Eingreifen ist Chloe mal wieder ziemlich sauer und freut sich geradezu auf den Akuma, der auf sie zugeflattert kommt. Sie akzeptiert aus eigenen freien Stücken die Akumatisierung, um ihren Mitschülern zu schaden. Denn wie wir bereits wissen, ist Chloe in der Lage, eine Akumatisierung aus eigener Kraft wieder zu lösen. Das grausame Verhalten gegenüber den anderen ist demnach also leider ebenfalls als freiwillig zu betrachten. Monarch gelingt es in der Zwischenzeit, sowohl die Kwamis als auch ihre Besitzer zu betäuben und die Miraculous an sich zu nehmen. Tiki und Black versuchen noch zu fliehen, aber leider ist das natürlich unmöglich und so benutzen beide eigenständig ihre Kräfte und versetzen die Stadt in heilloses Chaos. Tiki sendet einen Glücksbringer, der später als Ablenkung für Monarch dient, zu Marinette. Black hingegen opfert sich selbst und zerstört sein eigenes Miraculous, damit Monarch die Kraft nicht zur Verfügung steht. Nun hört sich das natürlich heftig an, aber solange nur der Glücksbringer am Ende eingesetzt wird, kann ja alles wieder rückgängig gemacht werden. Bis dahin aber ist der Ring gänzlich zerstört. Monarch wird zu Monarch-Bug und als die echte Ladybug in einem dürftig hergestellten Kostüm auftaucht, entreißt er ihr den Glücksbringer, um den Ring wieder herzustellen. Natürlich handelt es sich dabei aber um eine Fälschung. Marinette und der Widerstand setzen alles ein, um die Ringe wieder zurückzubekommen und es ist Adrien, dem das schließlich gelingt, sodass Marinette sich wieder verwandeln kann und alles wieder ins Lot kommt, inklusive das Guts Miraculous samt Black. Eine kleine Kritik an dieser Stelle wäre aber, dass der Kampf schon sehr zum Vorteil der Schüler ging. Gabrielle standen gleich mehrere Kräfte zur Verfügung und er hat sich dennoch relativ leicht überrumpeln lassen, aber gut, sei es drum. Nett hingegen an dem Kampf war der Moment, in dem Monarch Adrien so unglaublich feindselig ansah. Er ist ja schließlich immer noch sein Sohn. Was würde man bei diesem Blick ein Geh auf dein Zimmer erwarten? Also da war ich doch ganz froh, dass sie es mit reingenommen haben. Am Ende kehren Black und Sticky wieder zu ihren ursprünglichen Besitzern zurück und ja, das war auch schon die Folge. Ich fand sie zwar gut, aber meiner Meinung nach gab es auch schon deutlich bessere. Doch wie findet ihr diese Folge? Wie hoch würdet ihr sie auf einer Skala von 1 bis 10 bewerten? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Einen riesengroßen Dank an alle, die diesen Kanal abonnieren, Likes da lassen und Kommentare schreiben. Ein ganz besonderer Dank gilt natürlich meinen Kanalmitgliedern und Patreons, die den Channel direkt durch Spenden unterstützen. Voran mein Superheld GamerLive, meine Helden Haru Kurokami und Thomas1829, mein Sternmitglied Mokwe04, meine legendären Mitglieder, verschiedene Fotos, Mapp, Dunkelkrieger, Kimmy und Thunderblade und natürlich einen riesen Dank an meine mystischen, sagenumwobenen und super Kanalmitglieder. Das wär's jetzt mal und wie immer, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.